Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dreadnought. Zusammen mit eurem Rio und ich bin ich allein. Ich hab daneben einen Karamba mit dabei. Hallo mein Lieber. Ja hallo zusammen. Und ja, ich kann jetzt eigentlich ruhig sagen, dritter Versuch. Na wobei, der hat schon Artillerie-Kreuzer. Dann lass ich's glaube ich. Dann geh ich einfach mal auf den Destroyer. Spiel ich mal meine Gora. Ich hab die jetzt mit schönen Heavy-Nuklear-Torpedos ausgestattet. Die haben drei Kilometer Reichweite und machen ganz schön Fettbum. Und passend dazu dachte ich mir, nehm ich eine Nuklear-Missile mal mit im Dreadnought. Uh, nice. Den Dreadnought werde ich mir als nächstes wahrscheinlich kaufen, sobald ich das Geld dafür habe. Achso, vielleicht ganz kurz mal als Erklärung. Das hatten wir noch gar nicht. Teilt sie nämlich auf in normalen Loadouts. Das sind Schiffe, die ihr gekauft habt, die ihr selber ausstatten könnt. Traderships, das sind Schiffe, die vorgefertigt sind, die einfach mal, die man austesten kann. Da kann man nichts dran ändern. Hier lässt sich nichts dran rütteln. Und dann gibt's noch Hero-Ships. Nach meinem Dafürhalten sind das sowas wie Premium-Schiffe. Genau. Die haben auch ein festes Loadout. Also da kann man auch nichts großartig dann ändern. Ganz genau richtig zusammengefasst. Und ja, von dem her, wie gesagt, ich hab hier, das ist auch ein normales Schiff, also kann man sich dann auch frei zusammenstellen. Dreadnought halt so das dickste Ding, was es halt so gibt. Dickste. So, ansonsten unterscheiden sich die Schiffe übrigens größtenteils in ihren Bewaffnungen. Es gibt nämlich tatsächlich auch sehr schwere Zerstörer beispielsweise. Die sind zwar nicht so schwer wie ein typischer Spielrad-Breadnought, aber können auch schon sehr, sehr dicke werden. Oh, der kriegt halt gut Feuer da hinten. WTF, da ist schon einer geplatzt. So, ich hab mal so eine nukleare Rakete losgeschickt. Mal schauen. Hm, oh, da kamen sie an. Ja. Hat's Bumm gemacht. Ah, die macht schon mächtig Bumm, aber dann halt auch richtig lange Reload. Ich lade mal eben nach. Eigentlich möchte ich ganz gerne versuchen, da mal bei denen in Torpedo-Reichweite zu kommen. Wäre so die Hoffnung, deswegen schleiche ich mich mal gerade hier so ein bisschen vor. Aber du weißt nicht zu... Nicht zu... Weit... Hm, nee, nee. Bleib hier auch hinter so einem kleinen Ding versteckt. Erstes Mal. Hinter so einem Ring, dass ich da immer noch zurückfliegen kann. Und drehe mich auch so, dass ich in Warp-Positionen wieder zu euch stehe. Das wird so mein Ziel. Okay, ich drücke dir die Daumen, dass es klappt. Ja, danke. Wobei die alle jetzt gerade auch auf ziemlicher Distanz stehen. Irgendwie. Okay, also ich hab's da mit dem Schiff, was alles unglaublich weit schießt. Also das ist schon ganz geil. Oh, du... Ach, das bist du... Du bist da vorne recht alleine. Ja, ja. Alter, Alter. Gib dem ja Feuer. Ja. Ja, das war kein guter Plan. Aber ich bin im Wurf explodiert. Das ist ja wütend. Ja. Plan war eher nicht so gut. Wir haben aber auch keinen... Und was haben die denn alles? Die haben nur noch so... Die haben nur so Support-Support-Support. Du bist auch... Nee, die haben die ganzen dicken Schiffe, wa? Es sind viele Dreadnoughts, ja. Was ist denn gut gegen Dreadnoughts? Also... Artillerie-Cruiser. Nicht gekauft. Haben wir schon zwei, glaube ich. Aber kannst du auch aus dem Tradership nehmen? Ja, weil die Überlegung, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ich charge mal kurz an den Rand, der sitzt da gerade sehr alleine. Komm, spring weg. Alter, ich bin mit einem HP... Bin ich jetzt auch weggekommen? Nee, ich dachte schon, das wäre jetzt zu dreist gewesen. Na ja, da drinnen, in diesem Silo, da... Was auch immer... Ist nicht so einfach, sich da zu behaupten. Aber ja, die haben nur... Ich werde danach auch mal Richtung... Artillerie-Cruiser gehen. So, den haben wir. Oh, da habe ich Nassist bekommen. Vielen Dank. Okay, also wenn die Nukleark kann... Also wenn sie zerstört oder hochgeht, dann schaut es schon immer sehr nice aus, muss ich sagen. Oh, final blow. Boah. Irgendjemand hat mir ja gerade den Arsch gerettet. Heftig. Irgendein Sniper hat den weggezerrt gerade. Hat mich noch gerettet. Okay. Das war so ein Support-Cruiser, der mich gerade ausnehmen wollte. Da fragt ihr mal, was der Heiler macht, weil er nicht heilt? Du bist jetzt im Artillerie-Cruiser. Ne, ich bin im Artillerie-Cruiser. Amt wird noch, okay. Oh, nein, ist man rausgenommen. Du warst mit der Nukleark? Ne, das war in dem Fall normal. Ich werde gleich mal auf dem Artillerie-Cruiser dann wechseln. Im nächsten Fall. Oh, falsch. Ah, ich dachte, das wäre mein Kill. Da hinten ist noch irgendwas. Ich glaube, man kann noch nicht sehen. Mal ein bisschen die Triebwerke pushen. Oh, oh. Ah, eine Nuke. Aber der geht, glaube ich, down jetzt auch. Schilder. Schilder. Das heißt, kommt, Jungs. Oh, jetzt geht aber down. Jetzt kommt meine Missile spätestens den, nehmen wir ihn raus. Ja, Captain Kill. Den nehmen wir auch raus. Sehr schön. Oh, nein, der war noch zu viel anders. Jetzt gehe ich mal auf den Artillerie-Cruiser. Ich glaube, in der Konstellation passt er gerade ganz gut. Und den wollte ich sowieso mal zeigen. Den wollte ich schon die letzten Runden immer mal zeigen. So, als Trader-Schiff nehmen wir mal die Swarok. Die übrigens auch ganz witzig ist. Relativ fix, by the way. Man kann gut auch so Gegner schießen. So, ich habe jetzt noch meine Raketen losgeschickt. Oh, die treffen, glaube ich, auch. Oh, oh. So, und ich werde jetzt mal mich ein bisschen umswitchen. Ich werde jetzt mal hier auf... Was gehe ich denn? Oh, die Fulgora habe ich mal wieder Bock. Ich mag das Schiff einfach. Außerdem steht es eh gerade ganz gut. Da kann man das auch mal machen. Obwohl es eigentlich Quatsch ist gegen lauter Dreadnoughts. Aber egal. Den haben wir. Den da schießen. Noch mal Cloak an hier. Ah, jetzt hat er gestanden. Also stand er. Macht übrigens extrem Schaden, so ein Arthornetisches Schiff. Oh ja. Ist der denn gechargt? Da hinten. Nice. So, versuchen wir den mal. Nein, den krieg ich gar nicht rein, weil der zu niedrig ist. Und weg ist er. Hat auch ganz coole, ähm, Anti-Missile-Verteidigung, so ein Artillerie-Schiff hier. Ach nee, da oben ist der. Schauen wir mal auf den. Siege-Mode wieder an. Brauchst du sehr, sehr lange, bis sie da sind, leider. Oh ja, der ist auch mal down. Hm, man, die kommen wir grad nicht ran. Also mittlerweile 75, 35, das ist sehr dominant, weil sie halt auch viele immer einzeln unterwegs sind. Das ist unser Glück. Muss man es einfach mal sagen. Nicht getroffen. Wie ich zu treffen mit dem Hengelacht. Da gemacht, habe ich nicht genügend Reichweite. Ich habe das Gefühl, jetzt hätte ich nicht genug Reichweite. Ich hoffe, ihr nicht. Oh, irgendwas schießt die ganze Zeit auf mich. Haha, da war der Puls da. Hoffentlich kommt die nicht auch nach. Ah, stirb, stirb, stirb. Ah, ich konnte nicht mehr rechtzeitig. Er ist aber auch ein gecharter Typ. Holy moly. Geht dann natürlich noch mal drauf. Mit dem Beam-Turrents mit der Tachi im Tag. Hallo. Ich bin froh. Komm, ja, huu, 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 huu. Oh, lol. Und das war's. Da platzen sie alle. Da platzen sie alle. Da lippens bekommen. Alter, Verwalter. Schöne Runde. Da hatte der Gegner mal gar keine Chance, muss man leider sagen. Ja. 100 zu 40. Das war eine etwas dominantere Runde auf jeden Fall, ja. Ja, die Hammer. 600 Speedpoints habe ich bekommen. Die hier war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dominant. Disruptor Messer als Adrepair-System und Stasis-Puls freigeschaltet. Gut. Würde ich sagen, war's das für die heutige Folge. Absolut. Schön, dass ihr dabei wart. Genau. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik.